yo leute was geht hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play league of legends nachdem der letzte part so saumäßig witzig war vor allem von seiten elis mal wieder ein neuer part von mir als jungler momo wir haben in unserem team dann noch einen jenen voli einen team und es will ich weiß jetzt nicht genau wie es ausschaut ich nehme an das team jetzt doch mit muss es und die bot und wo die top es gab doch zwischen den diskussionen im gegnerischen team haben wir in den assassinen die auf der botten nehme ich an das enemy ziemlich immer voll schillig dann wird wahrscheinlich der jp gehen nach mit das witzig auf jeden fall master jean maoka im jungle eine wänen wo die unten mixen das scheiße die haben vier adela nämlich wo die sind wein und die und eigentlich den einzigen den sie haben der magischen schaden macht das ist maoka ja es dauert hier geht doch fans hier fragen scheiße reicht natürlich nicht so ja leute ihr müsst wissen egal was ihr macht fürchtet immer ein hybrid ich finde das so überpower der hat ein extremst durch hier ich habe mich jetzt aber doch so die macht eben jetzt schon mal durch seine kuh 21 extra schaden ok der wird so schaden na egal was habe ich echt woher Wie wollen wir überraschen? Trollolol Ähm Ha ha Woli gegen Wayne und Woli Wow, 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 wow Scheiße, Viecher sind schon gespawnt Ich sollte halt auch mal drauf achten, was bei mir passiert Und nicht nur, was bei den Gegnern passiert So Wollt ihr nicht rollen? Was macht der da? Fail use Was ein Trollgame Oh Ist du mal drauf? Wieso zum Okay, der wollte wahrscheinlich eigentlich jungeln gehen Aber nachdem die keinen Appele hatten Oh, schau mal mal, schau mal Ja, zumal Ich weiß noch gar nicht, ob ich überhaupt schon mal Ähm Amomo-Video hatte ich Nimm es an, obwohl 10 Parts Ich hatte auch noch zwei davon Ähm Wer ist da? Mir fällt sein Name ein Wukong Wow, ich hole mir jetzt erstmal Äh Ne Ist nicht So Damit ist der schon mal weg Sehr schön Wow Obwohl, den schafft der Timo Locker Brauchen sie mich nicht Jetzt wieder zurück Hol mir die Wölfe Und ja, ihr merkt Es gibt eigentlich kein einziges Jungler Game von mir Wo ich wirklich alles hintereinander mache Ich gehe immer vorher ganken Meist Oder zu 100% eigentlich Immer vorher Da könnte ich jetzt Taubende Da habe ich aber irgendwie gerade nicht so die Lust So Ich probiere mal Das nächste Mal, wenn er Ein bisschen So Komm her Komm her Ja Komm Scheiße Was geht da? Soweit gepusht Äh Wieso? Wow Sehr schön Mein Lieber Ähm Wie heißt's Die Kumpane Wir holen uns jetzt mal Red Auch wenn er Mit Amumu Leicht sinnlos ist Wir holen ihn uns Warum? Weil Red Vor allem am Anfang ist er Ziemlich witzig Oder dann Man hat zwei Slows Wollen die mich treuen? Der ist ganz schön mutig, der Maokoi Okay Okay, der hielt sich auch gut hoch Das scheint echt einfach nur ein Tank zu sein Scheiße Scheiße Ich hab im Moment Grad Noch Cooldown Auf meinem Was ist gerade mit meiner Maus und meiner Tastatur los So, ich bin jetzt gerade out of mana, das heißt ich muss weggehen Kaufe mir jetzt Was kostet der eigentlich? 300 Okay, kann ich mehr kaufen Kaufe ich mir jetzt auch mal einen Philosopher's Stone Und Schuhe Ich glaube ich gehe allein schon, weil standardmäßig auf Mercury's Es gibt eigentlich nur drei Schuhe, die ich mir kaufe Merkurys Dann, ähm West Ähm Dreier bei Sinch Und Blossow Cross Als ich bin Ich merke, ich bin viel zu langsam Sehr schön Es gab schon mal beste Idee, den vom Gegner So Wir sind jetzt Level 5 haben Bald unsere Ulti Hoffe ich So Komm Mal wieder auf der Äh, was heißt hier mal wieder? Komm mal auf die Top Lane Äh, Bot Lane runter Was relativ schwierig wird Scheiße Das war ein Fehler Fangen wir mal, ich jetzt Cooldown drauf hab 9 Sekunden Aber es sind nur noch 4 2 Komm her, Wodi Die sollen noch mal näher hinkommen Zu mir Lass die ein bisschen pushen, ey So kann ich nicht denken Wow Fucking Trolls Wow Alter 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 Ich muss ja gerade echt auf alles doppelt und dreifach drücken Damit irgendwas mal angenommen wird Ich habe jetzt 202 Alter So Ich muss hauptsächlich auf Magieresistenz gehen Das heißt Ich kaufe mir Definitiv das Obwohl ich glaube ich gehe sogar mehr auf voll AP So Timo hat es auch schon mal gut Ähm 2-0 0-2-0 0-1-0-1 Okay Ich hole mir jetzt erstmal den Ähm Blue von uns Wir sehen Amumu ist einfach nur ein verdammt starker Jungle Durch die Fähigkeit Nachdem So Jetzt sind wir Level 7 Ähm 7-8-6-6-6 8-7 Es reicht eigentlich nur wenn wir in den Gegnern drinstehen Ihr habt es gerade eben gesehen Das war So Ich gehe jetzt mal wieder auf der Top vorbeischauen Der spielt etwas mehr Tanky Der Schaffe ich Schaffe ich Scheiße Ansonsten Hätten wir Der wird Insta auf mich gehen Sag ich ja Aber egal So jetzt bekommt wenigstens er noch den Kill und ich den Assess Jetzt habe ich 2-1-4 So Ähm Wieso brauche ich noch Aber das ist da 1.300 Oh mein Gott Scheiße Ich Scheiße Döp 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 Hä Nein das ist ein Full AP Gott das Einzige was der halt auch mal kann ist Wirklich nur seine Kuh und das war's Und ich muss wissen ich habe es jetzt eine Zeit lang gespielt weil der Heel ist einfach nur zu asozial Du kannst halt mal in drei Gegnern wirklich mitten im Teamfight drinstehen und du gehst dich voll hoch So ne Komm Ich hab's eigentlich bei den Gegnern aus 0,3 und 3,4 4,2 Ich hab So Nachdem ich jetzt Ulti habe versuche ich hier so schnell wie es geht hoch zu kommen boah Boah Foooooo F- kreft mit spiel ich bin immer noch 400 500 aber das ist jetzt nur ziemlich egal ich hab 3 1 4 die man hier auf die botten legen ja zwar muss ich weiß kann ich glaube nicht dass jetzt schon mal gezogen was fand ich finde kd 31 was hat unsere dkw 02 überhaupt noch der carrier fast noch ein hybrid oder nein ja doch so dann lass mal die mal abholen gehen hier lieber ein bisschen mehr farmen die war fuck nur besser für mich so der voli ist wieder da von uns und der team der es auch ernsthaft was macht ihr hier eigentlich jetzt auf der mittel nicht wirklich viel der geht mir auf voll ab der folgten Spätestens jetzt muss er nämlich stehen bleiben. Ja, 9 ist weg, schade, Gott was macht der, so der holt sich jetzt wahrscheinlich den und jetzt wird es mir aber zu gefährlich, ne ist nicht, nicht gegen 2, gegen 2, fackt nicht. 3, 2, 4, so Abelis Scepter und jetzt mal ein bisschen mehr mit AP, ich weiß was ich mir gemeint. Ich hab den eigentlich noch nie wirklich auf full AP gezockt, also verzeichne, wenn ich jetzt übel rumfällen werde. Ich hab aber auch nicht probiert auf full AP, ich weiß, ich kaufe mir jetzt erstmal hier nicht magie, das ist auch nicht AMOR. da habe ich nämlich plus 150. Dafür, ganz ehrlich, 92 plus wie viel macht wenn der eigentlich, ein Drittel, die Hälfte, Obwohl, da ist der Tor schon gepusht Werde ich mich mal hier Ein bisschen drum kümmern Farmen Nein, der schafft es solo Wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal hier Zu den Skills von der Momo Er ist ein böser Tank Und er ist ein böser Jungler Moe, ist sowieso total okay Finde ich Das ist mir ziemlich egal Ich flasche mich jetzt weg Ist eigentlich nur zum Tower kommen Puh Okay, der ist echt schwer Down zu kriegen Schade Alter, das ist ja mal gar kein Umkreis Den wir da haben Der ist auch Sonst wer geht sich auch richtig gut hoch Ach komm So, wir polen jetzt erstmal hier den Einer von beiden Alter Puh Ich bin es nicht mehr gewohnt Auf irgendwelchen Lanes zu zocken Ich bin es total verpeilet Es zu sagen S 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 jetzt steht sie erst mal bisschen hoch hier der überlebt die ausfohlen etwa zockt und ich bis jetzt noch nicht so kommen egal mir fällt gerade echt nichts mehr ein zum reden der part wird glaube ich sogar morgen also am samstag hochgeladen das heißt ich darf den jetzt erst mal hoch hochhauen ja ich nehme wirklich ich lade die echt immer einen tag im voraus geplant auf einfach nur weil ich das schöner finde da man so oh gott hat der nicht ein stück gepusht mach 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 so komm schon fuck hier so 4-3 habe ich wenigstens wieder eine positive kd kriegen die den der boah zu tank hier das ist zu asozial so ich merke schon ich gehe doch mehr auf so Oh komm Der ist jetzt noch scharf Timo Er schafft es Oh lolol Na egal, wir farmen uns mal wieder hier ein bisschen hoch Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich gleich zu Like a stage F nur rumrennen ey Scheiße Ähm, ne ist nicht Scheiße Den verpeile ich auch viel zu oft ey Hahaha Komm Weißt du was Wow, jetzt wird es zu asozial Ah, ich habe noch wenigstens Zeit mitgenommen Ja So, Sionias So, 25,5 Schauts aus Ähm, ich Wo bin ich eigentlich da Ich mit 5,4,5 Geht Ähm Dann, Yi mit 7,4 Woli mit 5,4 Das ist auf jeden Fall gut was auch da hat Dann Timo, 8,6 Und S, 0,3 Enemy Team Yi, 3,8 3,2 von Waokai Vane 7,4 Ähm Woli 2,6 Und Xin 6,8 Vom Xin geht mir ein bisschen der Bekriefer auf den Sack Ansonsten Ähm Habe ich eigentlich nicht wirklich Respekt vor irgendeinen von denen Wenn der eigentlich Sackra Schum noch hat womeiß ich bis jetzt noch nicht Ololololololololol So läuft das, Leute So läuft dort 6,2 Wir pushen ja fliege mal Don't give up fuck Ja dankeschön Das nennt man dann mal Janga Amumu Scheiße Das nennt man gerade Fail Schade So auf jeden Fall habe ich jetzt 1700 und warte während ich tot bin Bin ich kurz Wartet kurz So Leute da bin ich auch schon wieder So Sorry dafür Meine Freundin hat gerade angerufen Ich check's immer nur nicht So und ach Was ist das eigentlich Troll Okay die könnte wieder eindeutig ein Damage Dann machen wir das mal zu Noch mehr Damage So 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 In einer Sekunde hab ich mein Sehr schön Einiges an Ganz ehrlich mein Damage Output ist schonmal gut Achso Wanda Demo Wow Wow Der Rennt da jetzt aber nicht solo rein Ich hole mir jetzt diesen Voli Nichts Sehr schön Sionias haben wir auch schon Ich glaube ich würde was sagen Pusche mal ein bisschen Ähm Ah ja Die Minions kommen grad Ich habe mich schon mal ganz kurz Obwohl der Schaft da komplett alleine Ich klicke wie ein Iroh. Wow, nee, ist nicht, Leute. Wow. Ist nicht. So, ich habe mal ein bisschen damage rausschauen. What the fuck. Zu viel. 4 gegen 1, da kann keine sowas ausgibt. Ich glaube, ich würde mal sagen, it was time for a circle. Ich finde, a circle, a circle, a circle. 200, ob das wohl reicht? 70% weniger, ja. Ich würde mal sagen, kaufen wir uns ein richtig schönes Item mit Amomo. Nur, welchen nehmen wir denn? Oder Reloist? Hm, gute Frage. Reloist? Reloist? Und gibt noch mal Leben. Ja, kaufe man Reloist. Ganz ehrlich. 2,6. Obwohl ich kaufe mir beides. Ich verkaufe mir einfach mal die Ding. Nice one. Würde mal sagen, das Game dominieren wir ziemlich gut. Aber ich dachte gerade, der Tower ist da oben, ist auch im Arsch. So, 4,4,9,8,9,6,6,6,8,6. Auf der 1 Seite erst mal komplett geschwumt. So. Alter, komm schon. Komm schon. Nee, ist nicht. Ich verpiss mich. Da kann nicht mal ich mehr was machen. Da bleibt mir auch nix mehr. Ich hab Re... Äh, Zionias! Wie ist das eigentlich so ein Reloist, ey? Ich hab doch Zionias. Wie ist das Zionias? 400 haben wir's. 1000... Ja, wir sind auf jeden Fall gut schlecht. Ich mag es. Ich mag es. Wir sind eigentlich immer mit 3 im Vorsprung, ey. Der kommt jetzt auch einen Troll. Der eine fängt nur im Frozen Mallet an, geht dann auf eine Warmax, der andere macht es gleich andersrum. Wobei ich würde... Ich sag sogar eher, dass das mit der Warmax eine klügere Idee ist. Allein schon, obwohl... den Push bekommt man ja auch so dazu. Der hat... Na doch. So. Wir fassen zusammen. Obwohl das schon mehr abgeräte als ich. Nein. Wo? Zu dritt. Fuuu So so wir gehen jetzt erstmal alle auf dem nie sehr schön hey wieso trifft es mit dem teil nicht mehr ging auch nichts mehr das war gerade eben 3 zu 1 definitiv gut gewonnen das wird ein problem jetzt mit holz hätte ich jetzt und hier eigentlich nicht so die habe ich leider auch erst wieder eine halbe minute so das heißt für mich 10 7 ich bin stolz auf meine kd ach so sind bambusteile so so wenn sie jetzt zu frech werden oder jetzt wieso bekommt der den kill oh scheiße Marokai wollte mich jetzt drauf füllen und hier 2 3 ja 80 Nürnberg und 20 Sekunden zehn acht elf damit habe ich mit dem wohl lieber zusammen die meisten es ist und dem es entgegner team ja was tatsächlich über wir haben unsere vater echt gut gesteigert würde ich sagen 6 6 8 10 8 13 10 7 5 und 6 15 7 3 13 7 4 9 und 7 16 sehr schön fehlen uns noch zweitürme zwei nervtötende türme verdammte scheiße noch einmal so ich eile euch zu hilfe äh ne ich eile hin fort niemand kehrt den ähm alter hör auf mich ich kasse er ist okay ganz ehrlich soll er wegrennen das schaffe ich nicht sag ich doch da sind beide um einiges zu tanki und er denkt er ich bin so fach jürgens lieb ganz oft elf neun warum wieso egal ich weiß ich bin grad auf jeden fall das geben wird geht weil die türmen gepusht und sie jetzt rein doch ich glaube ich hab die rente scheiße 1 gegen 1 dafür dass können ja auch nicht mehr lange halten darum es ist ich mein nie dass die märz erst zu spät die Ränder jetzt auch mal zu verdrängen die müssen jetzt vier Lanes voll verteidigen es hat sich den Dragon geholt das ist gut für uns so, dann machen wir doch mal Dragon äh Baron ok show aaa ist nicht homo was macht das eigentlich ich will schauen ob da jetzt ein paar Gegner kommen ja warte wir sollen anfangen wenn ich sehr schön ähm 27 vielleicht ist das sogar noch zum ich habe jetzt 3 360 AP ich mach 500 damage ähm das ist halt einfach nur gegen Voli und äh das game ist gewonnen ich verabschiede mich mit einem freundlichen von dieser schönen aufnahme let's play league of legends ich hoffe ihr scheiß auch das nächste mal wieder rein wenn es heißt yo leute bis zum nächsten mal job